Hallo meine lieben Leute, es ist lang lang ist her das letzte Video auf dem Gaming Channel, naja auf dem neuen, könnt ihr ja auch mal vorbeigucken, Link ist in meiner Kanalbeschreibung, also naja, meine Lüftung brummt mal wieder hin ab, so richtig, die kann ich mal, naja, ich will jetzt die Folge Aircraft aufnehmen, hab ich von Anfang Ragecraft gesagt, ne, hat lange nicht mehr Aircraft, lange nicht mehr Ragecraft aufgenommen, achja, Alex ist nicht mehr bei RageTV, keine Ahnung warum, hat nicht mehr RageTV gesagt, wenn's nicht stimmt, sorry, ich kann nix dafür, also, gleich mal eingeloggt, achja, heute Abend ist ja eh wieder PvP-Event, also, immer Mittag und Samstagabend, Was für Chicken? Ja, was zu München kann man da passen, da geht's nicht, als Was für Chicken. Sorry, die Hühner nerven. Oh kacke, wo ist mein ganzes Zeug hin? Hat jemand bei mir geklaut? Warum ist der Golem weg? Ich bin ja immer noch im Abenteuer-Modus vom überhaupt-event gewesen. Na ja, Leute. Mal wieder aufnehmen. Mal wieder ewig brauchen, bis was losgeht. Ich will noch nur diesen Timpermutz oder Pimpermutz, naja, Timpermutz. Na ja, ich finde irgendwie kaum Themen, über die ich quatschen kann. Was zur Ente kann ich nur sagen, sorry, aber ich sollte meine Mausempfindlichkeit höher stellen. Los, wo mache ich das? Fertig. Ist schon mal viel besser. Das sind einfach zu viele Hühner auf einem Haufen. Die nerven langsam. Das hat garantiert irgendeiner bei mir geklaut. Ich bin ja auch nicht. Ich bin ja auch nicht mit dem Steinzeug. da warum die Golems nicht mehr leben wer die entsorgt hat wenn besonders sozial ist es mir grad schließlich sind diese Viecher ja uns für Grundlager in Schnee zu kommen da sind die ganzen Golems weg wer auch immer es war ich bin sauer auf dich hier scheint jemand randaliert zu haben also wirklich aber das pet sich Alex erst am Ende der Folge hier sogar mein Haus kaputt machen dann drei Schneeblöcke kann ich irgendwie platzieren da hier wo Kürbis hat am liebsten von wer auch hier wohnt die Kürbisse klauen aber das darf ich nicht da 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 do